Das ist das Haus von Nikolaus. Und genau hier wohnt seine Frau. Und eine Frau geht gern in die Stadt, die gewöhnlich kleine Läden hat. Eins für Brot und Butter, eins für der Tiere Futter. Eins für neue Klamotten und zum Schuheshoppen. Doch was wäre das für eine Stadt, die gar keinen Brunnen hat? Zur Kirche will so mancher gehen. Denn die ganze Stadt kann man von hier aus sehen. Na ja, Schule und Kita muss noch sein für unsere süßen Kinderlein. Noch Türen, Fenster und eine Uhr für den kleinen Kirchenturm. Farbereien, nicht so zimperlich, perfekt sein. Nein, das wollen wir nicht. Und schwupps, in 1, 2, 3 steht da eine Häuserei. Noch hier und da ein Farbenklecks. Und fertig ist der kleine Sketch. Und fertig ist der kleine Sketch. Versagtest du blaue Klamotten und her Schick. Ich habe auch immer von SWAH-1 کیYES.